Dann wollen wir starten in die letzte Nachspiel-PK dieser Saison. Ich grüße die beiden Trainer, ganz besonders Christian Aichner, den Chefcoach unserer Gäste und natürlich auch dich, Horst. Ja, und wie das so üblich ist, dürfen die Gäste zuerst. Aichner, bitte schön. Ja, guten Tag an alle. Vielen Dank für die Einführung. Ja, ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit ein relativ ausgeglichenes Spiel gesehen, in dem beide Mannschaften hätten in Führung gehen können. Vielleicht hatten wir einen Abschluss mehr oder eineinhalb, wo das größte Problem aber darin bestand, dass der Torwart eigentlich die ganze erste Halbzeit nahezu die Ende gar nicht benutzen musste, weil die Bälle einfach alle daneben gingen. Bei uns hat er Pfosten gerettet, deswegen war das, glaube ich, in Summe in Ordnung. Wir sind dann relativ gut aus der Pause gekommen, logischerweise, mit dem 1-0 insgesamt, mit dem Doppelschlag. Dann wird es für den Gegner schwer am 34. Spieltag. Dann da nochmal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das, was kam, haben wir einigermaßen ordentlich wegverteidigt und dann mit dem Tor von Lars Stindl den Deckel drauf gemacht. In Summe geht es, glaube ich, in Ordnung am Ende, auch wenn das jetzt am 34. Spieltag vielleicht nicht mehr das Allerwichtigste ist. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal bei allen bedanken, die dieses großartige Jahr uns mit begleitet haben, die uns immer wieder auch draußen unterstützt haben. Und ein ganz besonderer Dank gilt neben den Mitarbeitern einfach auch an diese fantastische Mannschaft, die eine ganz, ganz tolle Arbeit das letzte Jahr geliefert hat und es einfach geliebt hat, jeden Tag zusammen zu sein. Ich glaube, das hat man in vielen Bereichen besonders, je länger die Runde gegen Auge spürt. Und ich glaube, vieles von dem, was ich am Ende gesagt habe, wird auch für die Mannschaft von Horst gelten. Deswegen auch als externer großartiges Kompliment für dieses Jahr, Horst. Das war eine Freude, euch zuzuschauen. Auch Spielvorbereitungen am 34. Spieltag können tatsächlich auch Freude bereiten, wenn man auch nicht mehr um alles spielt. Und deswegen habt ihr euch, glaube ich, auch ein großes Kompliment verdient und einen schönen Urlaub an alle und vielen Dank. Dankeschön, Christian Eichner. Horst, bitte ja. Christian hat alles gesagt zum Spiel. Viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Ich nehme die Glückwünsche gerne an, gebe sie auch weiter ans Team. Ich glaube, auch da kann ich ähnlich verfahren wie Christian. Die Mannschaft hat echt richtig geliefert im Laufe der Runde, auch wenn zwischendurch mal gerade in der Rückrunde ein paar Ergebnisse da waren, wo du sagst, boah, das können wir besser. Das ist so, das werden wir auch angehen und gucken, dass wir da wirklich auch dauerhaft gut sind. Und das ist in der Innenrunde überwiegend gelungen, in der Rückrunde, wie gesagt, phasenweise mit tollen Spielen zwischendurch, aber eben auch mit Ergebnissen und Spielen, wo ich denke, das können wir besser machen. Trotzdem, glaube ich, haben wir Großartiges geleistet, weil wir in dieser Liga geblieben sind. Und Platz 11, glaube ich, ist auch ein enormes Ergebnis für uns. Und dementsprechend freuen wir uns jetzt, feiern ein bisschen. Ja, allen, die Urlaub haben, darf ich guten Urlaub wünschen. Ja, wir werden uns erholen. Wir werden vielleicht auch nochmal zurückdenken an dieses Jahr und dann nehmen wir wieder Anlauf auf ein neues Jahr mit hoffentlich tollen Leistungen, guten Ergebnissen und einem Publikum, was uns weiterhin so unterstützt, wie es bisher das getan hat und auch heute wieder getan hat. Vielen Dank dafür und an alle Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass das Ergebnis, Gesamtergebnis so sein kann, wie es jetzt dasteht. Auch denen vielen Dank. Tschüss. Horst, vielen Dank auch an dich. Gerne Fragen, wenn sie möchten. Wir reichen das Mikrofon an. Lars Stindl hat ja jetzt einen Schlusspunkt für eine tolle Saison, aber auch noch auf eine genauso tolle Karriere gesetzt. Aber die Art und Weise, wie das dann jetzt am Ende passiert ist, das kann man sich nicht ausdenken. Wie war da dein Gefühl? Ja, da ich an den Fußballgott irgendwo in Summe glaube, beziehungsweise so ein bisschen oldschool bin, was Fußballromantik anbelangt, glaube ich einfach, dass das der Lohn ist für ganz, ganz viel Fleiß, den ihr leider nicht so oft gesehen habt von ihm in der Rückrunde, weil er dann sehr, sehr lange Zeit leider nur extern neben der Mannschaft machen musste. Er war viereinhalb Monate raus. Ich glaube, ihr kennt alle die Geschichte von ihm. Und ich habe es öfters betont, jemand, der so ein großes KSC-Herz hat, der weiß, was ein Siege in Laudern und in Hamburg für einen KSC bedeuten. Nach über 30 Jahren, da wäre er gerne Teil der Mannschaft gewesen. Das konnte er verletzungsbedingt nicht sein. Und deswegen glaube ich, es ist ein toller Abschluss hinter einer unglaublichen Karriere. Er war ein großartiger Mensch und für uns Trainer war es einfach auch nochmal ein Geschenk, mit so einem Spieler ein Jahr lang arbeiten zu dürfen. Ja, Röne, danke für die neuesten Nachrichten. Frage an Christian zunächst mal, aber meine Gratulation zu dieser Rückrunde, zu der Saison. Mit welchem Gefühl gehst du jetzt in den Urlaub? Ich meine, deine persönliche Situation scheint nicht geklärt. Es ist in alle Richtungen offen. Was sind deine Gedanken jetzt mit Blick auf die Pause? Ja, dass ich erstmal noch gar keine Gedanken habe, außer jetzt, je länger der Abend wird, desto mehr Gedanken wird es in Richtung meiner Familie gehen. Wenn du auch Teil dieser zweiten Liga bist als Familie, dann hast du ein sehr, sehr gutes Gefühl für dieses Konstrukt zweite Liga oder für das Business Fußball und weißt, was da alles dazugehört. Und deswegen, glaube ich, sind alle Beteiligten, die irgendwie in diesem Phosmos drin sind, jetzt einfach erstmal froh, dass es vorbei ist. Es ist eine große Portion Stolz, die die nächsten Tage sicherlich auch bei mir Einzug halten wird. Und auch eine große Portion Wehmut, weil wir werden, ja, einige tolle Menschen verlieren. Gibt es noch weitere Fragen? Nein, das ist nicht der Fall. Dann eine gute Zeit für Sie. Wir sehen uns hoffentlich dann nach der Sommerpause wieder. Bis dann. Euch kommt gut zurück nach Karlsruhe. Und bis nächstes Jahr dann. Karlsruhe, Karlsruhe, Karlsruhe!